na leute hier alles richtig wie geht's euch ich habe schon den chat geguckt ihr wartet schon fleißig und letztes mal so viele gesagt rymworld deswegen schmieren wir heute rymworld und ich bin schon drin so ok funktioniert alles wunderbar na wie geht's langsam reicht es ist da kaiow robert resten cheese klicks kommt wir starten direkt rein ich habe nämlich die idee wir machen naked brutality heute super hart und gucken mal wie weit es uns treibt ich habe das interessiert euch auch immer so mega brennt mods so gut wie alles ausgestellt nur so die ganz wichtigen sachen kamera plus damit ich ein bisschen dichter ranzoomen kann predator hunt alert damit ich mitkriege falls meine hunde hier von irgendwelchen walks gefressen werden gibt es nur eine kleine meldung mehr ist das nicht wenn meiner quality of life geschichte dass wir einfach mit einem klick ganze adern minen können den ed laser drill den können wir eigentlich ausmachen prepare carefully brauchen wir heute nicht und das hier sind alles nur irgendwelche libraries im hintergrund heat map ist noch ganz wichtig na damit wir ein bisschen die temperatur sehen matching embrasures ist einfach nur die schießscharten und ansonsten ist das hier alles standardmäßig so gut wie keine mods fast vanilla oh shit starte der einmal kurz neu naked brutality genau wir gucken mal ich bin noch mal überlegen machen wir es im eis oder machen wir es in der wüste oder ist das denn vielleicht doch zu hart naked brutality ich idiot guck mal was denn jetzt passiert hat er einfach gestartet nee komm noch mal zurück also naked brutality was machen wir strive to survive machen wir glaube ich noch mal wobei die haben sie auch ständig nennen sie die oben habe ich das gefühl strive to survive ist doch gut oder oder wollen wir noch ein schwieriger eigentlich sind wir ja mit naked brutality schon mega schwierig und wenn wir jetzt auch noch den ai director schwierig stellen haben wir es kann man vielleicht ein problem nehmen wir randy random damit es auch wirklich random ist und gefährlich blood and dust sagt jetzt honky ich glaube du willst einfach nur mich ärgern ne 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 strive to survive das reicht erstmal bleibt mal locker wir sind ganz alleine und nackig wir machen seed ist monster passt ganz gut heute wollen wir es ne wir lassen es mal ein bisschen mehr regen für die atmosphäre temperatur tick kälter ist ein bisschen ungemütlicher planet und generieren den tüdü is soll ich machen ja das suchen wir gleich aus ich weiß nicht ice ist aber echt hart ice ist echt ist echt hart guck mal wir haben ja wir haben ja den australien planeten seht ihr das ein planetnungen bei australien drauf ein hm so viel auswahl was dass braune so ich nochmal schweb land aber da mal rein ans wasser vielleicht irgendwie so halbwegs berge hier so ja hier die ecke gefällt mir wollen wir hier irgendwo direkt an der straße large hills nicht so nicht kann nicht bergig sondern hügel ich okay ja pangea können sie auch sein eis ist so schwer richtig deswegen machen wir jetzt das hier mal weil da haben wir wenigstens eine chance bei bei eis das geht ja eine halbe stunde und dann ist gut gehen wir mal hier rein waren das noch ganz groß und latsch hils sieg gut aus los geht's wir dürfen uns eine aussuchen von den typen hier entweder nehmen wir die uhr die hübsche haare geht es aber gesundheitlich nicht gut muss gesundheitlich schon nee wieso sind die alle beschädigt wieso hat die demenz alkohol abhängig okay hier was mit dir was mit dir construction mining cooking plans animals crafting artistic medical das ist gut nicht wirklich schlau kann auch nicht kämpfen total unsozial weiß nicht wie medizin funktioniert aber ansonsten super immune to smart hey guck mal ist mega gut merken wir uns julia garrett was mit dir nee nee ach guck mal julia garrett ist es direkt sie ist 41 und probieren wir es mal mit julia oder let's go und sehen ja das hinkriegt hier ja die hat breite schultern das stimmt ich dachte erst es wäre ein typ aufgrund der breiten schultern aber wir haben ja zwar wir sind sehr modern wieso hast du denn jetzt lumi gute julia naja macht nichts und du hast sonst nichts boah guck mal bisons esel pferde und das ist ja bis jetzt essenstechnisch läuft hier eine ganze menge fleisch noch rum ich würde sagen ich mache mal ganz kurz pause weil wir diese anfangszeit die sehr wichtig ist nicht vertrödel wir müssen einmal kurz die lage sondieren also wir sind damit gestartet und das gefällt mir schon ganz gut was als erstes auffällt ist diese struktur hier die werden wir vielleicht gleich nutzen ist nicht so optimal aber sie befindet sich hier in dieser geschützten position wo sie nach süden und westen ziemlich gut geschützt ist da kann man mit arbeiten ist ein bisschen weiter nördlich hier unten haben wir auch noch strukturen das ist etwas größer was mit zu weit ab vom schuss zu weit südlich die hier in dem die weil hier in der nähe ist auch denn wirklich fruchtbares land mehr oder wie das ist nicht das die beste position würde ich sagen oh guck mal hier das ist natürlich auch super aber das wäre jetzt 50 50 wir können uns da durchgraben und gucken ob wir da einen coolen raum haben mit wertvollen sachen aber kann natürlich gleichzeitig auch der mega roboter angriff sein wenn die da drin wohnen und dann daraus kommen wir mit einem problem also lumi lass das mal geh mal hier zu deinem neuen häuschen dein lager ist hier bitte ja und was hast du denn im lager ein bisschen holz vielleicht wir müssen ein paar kakteen fällen uiuiuiui ja das ist fast wie wüste shrubland keine bäume nur kakteen also los geht's fäll mal damit müssen wir wohl anfangen die ganzen kakteen fällen und los geht's so lumi übergibt sich wahrscheinlich jetzt erst mal eine runde den geht es am anfang ja immer nicht so gut die sind häufig gelandet mit ihren kapseln und nach diesem cryo schlaf oder was auch immer da geht es den leuten selten gut aber guck mal ist das doch ein baum ein drago tree noch eine wow immerhin so lumi legt los ja ich habe es auch gemerkt ich wie kann denn das sein ich habe die daran geklickt war ich wieder zu doof gut dann haben wir die tante ich habe als erst mal gucken was hat die für probleme also biologisch konstruktion ich hätte die oben rein ziehen soll ne ja sorry leute ich habe mit euch das letzte mal gespielt ich habe bei pause gemacht ansonsten sehe ich aber wir müssen mal hier gucken oh nein oh nein moving minus 30 und hier auch noch mal minus 30 würdest du mich verarschen minus 60 prozent bewegungsgeschwindigkeit und null schau ob die roboter da sind wieso ich finde es witzig ganz ehrlich man muss mit solchen man muss mit solchen rückschlägen auch leben das macht uns stärker dieses spiel macht uns stärker aus dem ist sie gar nicht so wenn sie ganz hübsch das war die erste tante die wir gesehen haben die fand ich schon optisch sehr sehr ansprechend ich meine es ein bisschen blöd dass sie wahrscheinlich eine gebuckelte ist oder sowas hat es ganz arg mit dem rücken aber vielleicht kriegen wir bald neue freunde und dann ist das thema eh gegessen also du machst das mit dem holz und dann müssen wir mal gucken denn würde ich sagen wenn du das holz fertig gehackt hast machen wir hier zu wir werden das auch dekonstruieren hier oder wie hübsch ist das hat ein 42 beauty ne wenn wir uns das mal angucken dann ist das schon mega hübsch dieses monument oder was das sein mag steht ein bisschen im weg aber ist wahrscheinlich das hübscheste was wir tagelang sehen werden diese beiden riesigen stein gelöde sind mega hübsch in dieser umgebung es gibt nichts schöneres gerade von daher lassen wir die erstmal stehen ziehen hier die mauer rum und haben erstmal ein häuschen hier diese ganzen säulen die werde ich vielleicht mal abreißen aber schauen wir mal wir müssen uns auch um essen kümmern direkt am anfang wir werden das holz gar nicht groß zum baum benutzen dürfen holz ist viel zu rar um es als baustift zu verwenden wir brauchen es für's feuer wir müssen ja kochen okay wie warm ist es 25 grad hi okay bisschen warm ich schaffte es nicht mehr zur base doch ein paar tage kriegen wir auf jeden fall hin bis jetzt sehe ich da noch kein problem ich meine warte mal ab okay wir haben ein bisschen holz ich würde sagen wir müssen das folgendermaßen machen haben wir auch nicht mal eine waffe ne hier war doch gerade ein Hase sie kümmert sich um alles okay ich geh mal Hand mit der Priorität hoch mal gucken wie sie das macht ob sie jetzt den Hase versucht mit den Händen zu jagen das würde mich mal interessieren hier haben wir lustige Kakteen Pincushion okay pass auf Leute sie geht auf die Jagd ne geht sie doch nicht müssen wir uns erst ein Ranged Weapon bauen oder jagt sie vorher wirklich nicht können wir das hier essen Agave kann man Agave essen ich glaube es ist sehr viel Wasser drin das man trinken kann ich glaube wir können Agave essen wir probieren es mal hier hier schon mal Agave gegessen ich ernte mal die Agave ihr sagt kann man essen okay dann kann der Hase erstmal wo ist der Hase? kurz den Liquidierungsbefehl aufgehoben ey wenn wir Agave essen können dann ist ja hier erstmal gar nicht so das Essensproblem ich trinke nur Tequila Agavendicksaft im Supermarkt ja das ist eins von diesen Sachen wo man weiß sie existieren aber was das ist tatsächlich weiß ich auch nicht ähnlich wie Pesto was zur Hölle ist Pesto? so ne komische Paste die riecht immer ganz streng aber wo das her kommt vom Pestotier wahrscheinlich ne? ich kann die alte Dame doch nicht nackt durch die Prärie laufen lassen ist die so alt? 64 ja du hast recht die ist ein bisschen älter ja sie ist natürlich mega langsam ne? wie viel hat sie hier bei Plants 2? geht ganz langsam hoch ja natürlich Pesto kommt vom Pesto Baum und da wachsen die Pestotiere dran und die werden dann zerquetscht oder nicht? ach Pestosaurier sind das ja das kann auch sein oder aus den Pestominen nicht alles abbauen das verrottet 25 Tage haben wir hier ich glaub wir sind noch im grünen Bereich alles gut Prussi Pestorisiert genau ihr seid gut drauf heute ja? alles verpestot das hat Apistoteles erfunden ja 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 die ist wahrscheinlich erfolgreicher den Hasen zu zähmen guck ich nochmal wo sind seine Skills? das stimmt also es sieht gut aus wir müssten das also wofür brauchen wir das Holz? das ist der Fall ne? beziehungsweise wir müssen relativ früh den Stonecutter Stable bauen den Stonecutter Stable können wir nur aus Holz bauen aktuell wir könnten diese riesigen aber die sind so schön die will ich erstmal behalten weil die so schick sind wir könnten die abbauen dann kriegen wir ein bisschen Stein den wir benutzen können als Rohmaterial aber Stahl Stahl ohne hier sind Mauern die wir auch abtragen könnten aber wisst ihr was? wir beißen da jetzt in den Pesto Apfel und bauen das aus Holz das das oh shit wir brauchen auch 30 Stahl so einfach geht das doch nicht ja ja okay Lumi du machst das ja kriegen wir einen Stahl her guck mal hier haben wir Uran hier haben wir Yade hier haben wir Yade Yade ist unnütztes Material aus Rimworld hier haben wir Stahl und hier auch gar nicht weit weg hier auch ich glaub die die ich guck nochmal ob wir irgendwo ein paar Stahl Häufchen schon haben die fertig verarbeitet sind ja es wird Nacht die erste Nacht schläfst du draußen ich schmuck mal ein bisschen vor Chris Wuppertal redet von Lumi Lumi Massagen was ist das denn? das klingt mega spannend der Baum da unten genau den kann man zum meditieren benutzen sie schläft jetzt hier schön im Sand hört ihr die Grillen zirpen guck mal vor ach so sie legt sich lieber hier ins Gras hier okay okay 1 Uhr nachts Hase schläft auch da ist noch nichts rein getragen ja wir müssen erstmal die Rohstoffe abbauen und dann können wir uns den nächsten Schritt kümmern der erste Tag war von Arbeit geprägt dem Holzhacken und dem Agave abbauen ui ja jetzt hat sie aber auch Hunger kein Problem ich hoffe mal sie steht auf und schnappt sich ein Stückchen Agave und pfeift sich das rein da schauen wir mal zu unsere erste selbst geerntete Mahlzeit will schön ja ich glaube im Eis wäre sie ja auch längst erfroren du hast vollkommen recht oh hm sehr nährstoffhaltig hat sie komplett genährt wunderbar ich würde sagen während du die Agave abbaust kannst du mal direkt schon den Auftrag für hier oben ein bisschen Stahl bekommen ja das sollte erstmal reichen und du möchtest auch sofort Stahl abbauen weil das vor Plan Cut ist alles klar ich spüre vor damit das hier schneller geht ok was kennt ihr für verrückte Massagen da bin ich ein kompletter Noob drin hat ihr nicht besonders geschmeckt ja Raw Food ne find's auch nicht so prickelnd dass sie nackt ist und sie ist eine Nacht Eule wollen wir das mal kurz das geht richtig auf die Stimmung pass auf wir stellen das um du arbeitest jetzt tagsüber und schläfst wie viele Stunden schläft man so von 8 bis 16 ok Lumi ist durchgedreht wieso wir haben doch gerade gecheckt das war doch noch in Ordnung das guck mal ganz knapp direkt bei ersten bei erster Gelegenheit dreht sie durch na gut wir haben jetzt 60 Stahl das heißt wir können jetzt das ist das wichtigste Ding Bun, Stone Cutters, Table wir könnten ihn auch komplett aus Stahl bauen ne für 105 Stahl vielleicht sollten wir das machen weil so viele Kakteen sind hier gar nicht wir haben Glück dass an unserer Ecke so viele sind weil wenn man mal hier schaut wir machen das aus Stahl Stahl Stone Cutter Table und zwar wohin? warum nicht? direkt hier hin Säule bauen wir dann ab und wir müssen mal gucken wie lange Lumi noch durchdreht ich spuche vor damit das schneller geht ausgewachsene Drago Trees der eine zumindest das bringt ein bisschen Holz ach man das hilft uns am Anfang gar nicht wenn du direkt das ist nicht mal 24 Stunden her dass du auf diesem Planeten gelandet bist ich meine ist kein leichtes Schicksal ganz ehrlich Lumi aber wir haben alle unser Päckchen zu tragen und du bist hier auf so einem wunderschönen wenigstens ist es warm wir haben 22 Uhr äh 22 Uhr ne 22 Grad Celsius hier das ist doch nicht schlecht fall mir nicht in den Geysir da uiuiui aber gefährlich kann man sich bestimmt verbrühen und erstmal was essen ok hier gehts weiter sie mags nicht haben wir gesehen ach verdammt sie ist immer noch durchgedreht dabei ist ihre Laune eigentlich schon wieder mega gut ich weiß nicht warum aber Lumi komm reiß dich zusammen naja die läuft jetzt hier ein bisschen rum schläft sie schläft sie ganz ehrlich wen haben wir denn da ausgesucht naja was ist los mit Barbecues und Mais und Salami das gehört zu meinen Lieblingszutaten gibt übrigens bei meinem Lieblingsdienst wieder neue Monatsaktion so eine Currywurst Pizza relativ günstig ist für den Lieferdienst und äh da muss ich zugeben habe ich an einem Tag zweimal bestellt das Ding das am Wochenende weil die ist ja echt ganz lecker und guck mal die Lumi der gehts wieder gut wir sind auf mega Speed ne das hier abzubauen das dauert einen halben Tag Construction Level 1 schau an guck mal wird sie langsam besser das heißt langsam ganz schön schnell und zack Lumi könntest du dich da wie du brauchst noch Stahl reicht das nicht oh ja klar wir brauchen 105 Stahl da kümmert sich Lumi gleich drum das Problem ist jetzt möchte sie erst noch ein bisschen Sterne gucken ist hier nicht zu verübeln kam wenigstens derselbe Fahrer das weiß ich gar nicht habe ich nicht selbst aufgemacht ja Currywurst Pizza geht eigentlich das stimmt ich habe mal in einem Supermarkt eine gefrorene Currywurst Pommes Pizza gesehen wo auch Pommes drauf waren das war natürlich mega eklig die hatte ich auch ausprobiert natürlich musste man machen wenn man die sieht war klar dass die eklig ist genauso wie man weiß dass irgendwie Barbecue Chips oder Döner Geschmack Chips oder so dass das Mist schmeckt weiß man ja vorher auch trotzdem probiert man es immer wieder oder? Lagerzone haben wir schon Ruby jetzt sollten wir aber genug komm schlaf doch ruhig erstmal mal wieder eine Runde ja jetzt kommt auch immer drauf an ich meine also gefroren mit Pommes ist klar gefrorene Pommes ist schwierig wenn man die nicht in der Fritteuse macht und das muss eine fettige Fettfritteuse sein nicht diese alberne Heißluftgeschichte ne 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 so müssen Pommes gemacht werden sonst ist es schwierig im Backofen wenn man Glück hat mal wenn die Sterne richtig stehen aber ich finde das nicht einfach im Backofen Pommes zu machen nicht jeder hat ne Fritteuse ich hab mittlerweile auch keine mehr was vielleicht auch ganz gut ist aber wenn ihr natürlich dann ne Pommes Pizza holt aus dem Gefrierfach ist klar darf man nicht viel erwarten aber wenn man vielleicht ne Pommes Pizza beim Super Italiener bestellt der sich auf Pommes Pizza spezialisiert hat oder was auch immer ja noch ein bisschen dann kann die ja ganz gut sein wenn die Pommes da frisch rauf kommen wisst ihr was ich meine? Heißluftfritteuse rules sagt Nick Schordi hei 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 ich meine ich hab keine große Erfahrung aber was ich davon gehört hab ist dass er schon immer also hm Pizza mit Giros ja klar Giros geht immer aber ich meine es steht und fällt auch einfach mit dem Giros ne wenn du jetzt dieses gefrorene Giros aus dem Tiefkühlfach nimmst weiß ich nicht ob das so schmeckt aber wenn du zum Griechen gehst und sagst hey gib mir mal Giros Pizza schmeckt die bestimmt super wir haben unseren ersten Meilenstein erreicht übrigens gleich mittlerweile gehen die Airfryer echt klar vielleicht muss ich da mal wieder reinschauen so wir bauen wir machen jetzt Steinchen das ist unser primäres Baumaterial Steine genug Gröll liegt hier ja rum und Lumi wo bist du wieder? ok und wenn Lumi hier das weg hat dann macht sie ihre Arbeit weiter alles gut das liegt hier rum ist auch völlig egal hier wärs eh nicht überdacht wir müssen erst Steine haben dann können wir das Haus vollenden und dann haben wir vier Wände mit dem Dach vor allem auch über dem Kopf das ist das Wichtige daran und dann können wir da ein Bett reinsetzen und das Bett bauen wir aus man baut ja immer gerne aus Holz aber Holz ist dieses Mal einfach viel zu wertvoll wir bauen es aus Stein Gebäude in Besitz nehmen ja das könnte man machen du hast vollkommen recht ich mach das mal wegen der Reparatur wir claimen mal dieses Land für uns jetzt wird das auch repariert wir könnten eine Homesone einrichten dazu ach haben wir schon auf automatisch der macht das am Anfang immer ganz gut so Vorspulung immer dieser Essens Chat steht jetzt hier sagt Dragon Lair ja aber mir gefällt es mein Problem ist ja mein Problem ist ja dass wenn wir uns um 16 Uhr voneinander verabschieden die meisten Mittagstische schon durch sind Mittagstisch geht im Schnitt bis 14 Uhr bis 15 Uhr wenn man Glück hat 16 Uhr im Ausnahmefall aber ist Rimworld immer so langsam ja wenn man da einen Typen auf Naked Brutality hat denn schon jetzt fängt sie aber an oi 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 das war keine gute Idee zu claimen da braucht sie ja ewig das ist überhaupt nicht klug ja ja ihr seid gut ich soll davor essen ich kriege ja erst Hunger wenn ihr mir die ganze Zeit von Essen erzählt hier kommt mit Giros Pizza und Pommes im Chat was passiert wir haben Besucher Toll und Drogo die beiden müssen wir mal gucken ob wir die wollen wir die verprügeln einfach woher kommen die White Monkey Ray hmmm sie sind neutral uns gegenüber ey das war eine ganz dumme Idee ok kann ich das claim eigentlich wieder rückgängig machen wisst ihr ich mach das ja ich mach die Homezone aus das mit dem reparieren das geht grad nicht das dauert zu lange Lumi was machst du schlafen? bitte! hallo? na gut ne Käse Schinkentorte gehts bei Frogger hart Käse Schinkentorte klingt mega lecker meine 67 jährige Oma sollte nicht zwei Typen verprügeln meinst du? vielleicht hast du recht gucken wir mal ich mein sie ist 50 und er ist 48 er hat nen Bogen sie hat nen Bogen sie haben Klamotten er ist zu risikoreich ne das ist wirklich wir haben ja auch nicht mal ne Waffe ja ja ich hab Schlafenszeit auf Tag gestellt heißt aber nicht dass sie den ganzen Tag schlafen soll das heißt sie soll während des Arbeitens ein Auge zumachen wo gehst du jetzt hin? ach man wir haben wirklich die faulste Frau des Universums hier ausgesucht heute haben wir nochmal Besucher? ui wer bist du denn Dusty? ach was hat er denn alles dabei? guckt euch das mal an richtig krasses Inventar eieiei aber wir können ne wir müssen die erstmal in Ruhe lassen die Leute wir haben hier den Job eingeteilt ich frage mich nur kann sie überhaupt? ja sie kann ok es sieht gut aus pass auf ich lasse jetzt auf Megaspeed laufen sie baut jetzt hier noch die restlichen 5-6 Sachen ab dann kümmert sie sich um die Steine die in der Umgebung sind und dann können wir hier die Wände hochziehen dann haben wir eine Base dann haben wir ein Haus dann ist alles gut und dann kommen die Möbel und so weiter wir müssen nur noch kurz hier diesen Agavenkram ich meine die mampft das schneller als sie es abbaut ihr seht das zack abgebaut er hat gleich gemampft ersten Besucher hauen wieder ab ist in Ordnung God Mode aktiviert? ne ach das da oben? ah ja Tatsache Tatsache aber das hat keine Auswirkung aufs Spiel werden wir den nicht benutzen wir können den aber warte mal kann ich den aus den Options hier so also wir könnten mit ihm handeln aber ich weiß nicht wir haben ja gar kein Geld oder gar nichts wir haben 2 ne können wir vergessen aber wie alt ist er denn? können wir ihn verbrechen? ach er ist 33 sie das ist eine 33 jährige Dame und sie bewaffnet ist ne lassen wir mit dem verprügeln wir bauen Steine seht ihr das? es geht vorwärts oh die Sachen werden reingetragen gefällt mir wohin gehst du jetzt? hol den Kram jawoll hol den Kram oder iss ihn einfach auf uiuiuiui wir kommen gar nicht hinterher ne Essen auf Reserve ist nicht ok das sieht gut aus wenn wir davon genug haben bauen wir ein Bett aus wir müssen erstmal gucken welche Steinsorte sich bei uns durchsetzt wovon wir gleich am meisten haben bis jetzt nur 40 Marmor das reicht noch nicht für ein Bett was haben sie gesagt? 45 ok wenn da 45 Steine sind dann haben wir ein Bett kann jemand Danny Delete flüstern in welchem Laden es die Currywurst Pizza gibt es ist eine Kette die gibt es nicht deutschlandweit nicht überall in Hamburg sehr aus also Norddeutschland glaube ich generell es ist mehr so ein norddeutsches Ding ich glaube in Köln gab es dann irgendwann auch eine aber da muss man irgendwie auch Mitglied sein das ist total albern aber so funktioniert ihr kennt das ja manchmal muss man bei irgendwelchen Firmen in irgendeinen Club eintreten um gewisse Angebote genießen zu können ihr kennt das so hier jetzt haben wir 60 Marble dann bauen wir uns ein Marmorbett wir schlafen hier ja die Kette hat was Emoji mäßiges genau ne nicht eine exklusive Tiefkühl Pizza aber ich rede von einem Lieferdienst genau genau man muss da Mitglied sein um ein jeden Monat gibt es da eine andere Pizza die man dann irgendwie dieses Mal halt die Currywurst die kriegst du glaube ich nur wenn du da im Club bist okay Lumi geht spazieren ja wir warten mal bis Lumi das Bett fertig hat Holzdach über dem Kopf ja da müssen wir erstmal hier du hast recht wir sollten die Lücken hier schließen dann haben wir ein Dach über dem Kopf das sollte das Bett auf jeden Fall aufwerten wir haben noch nicht genug Steine so 100 Steine brauchen wir schon um hier das zu schließen aber ihr seht das Bett ist gleich soweit Klubs fürs Essen ja ja hehehe der feine Wurst Club ja ne das gibt noch so ein ihr sammelt dann Punkte bei jeder Bestellung das haben aber auch andere Bringdienste auch schon und irgendwie wenn ihr 100 Pätzen bestellt habt kriegt ihr ein Belag umsonst oder so gefühlt also lohnt sich nicht wirklich aber wenn man ihn bestellt ihr kennt das früher war es sogar noch so da war dann auf jeder Rechnung wenn ihr die gekriegt habt so ein einfach numerischer 20 Stelliger Code abgedruckt den ihr dann abtippen musstet mittlerweile geht das automatisch was aber dazu führt dass man nicht mehr die Codes anderer Leute benutzen kann ne früher war das so dass mir dann meine Schwester oder sowas ständig irgendwelche ähm mir denn die Zettel gegeben hat das geht nicht mehr so Lumi schläft das erste Mal in ihrem Bett wir gucken mal ihre Laune sollte jetzt ein bisschen steigen oh ja wir sind hier im grünen Bereich was müssen wir noch bekämpfen die Hungrigkeit den Hunger und wir müssen die Agave müssen wir irgendwie kochen das ist ein bisschen ganz viel verschwitzt ja bei der Temperatur wir haben 28 Grad draußen ne was machst du jetzt du mammst erstmal wieder ein Stück Agave klar oh das ist aber nicht viel wie siehts aus hungertechnisch wir müssen wieder Agave abbauen ich sag ja wir wir essen das Zeug schneller als wir als wir es abbauen was ist der große Vorteil vom Bett ja die Laune du kriegst ne bessere Laune hier weil du nicht auf dem Boden schläfst plus deine dein Comfort geht hoch weil das bequem ist plus du kriegst schneller Rest wieder hoch weil du im Bett schneller regenerierst was stand da oben gerade was wichtig ist kann die nicht direkt vom Busch abbeißen das frage ich mich auch eigentlich schon oder wenn wir das guck mal sie ist jetzt Plants Level 3 das ist nicht schlecht ja bau das mal schön ab gut vielleicht sollten wir wenn das abgebaut ist hier direkt ein Feld anlegen machen wir das ist ja hier fruchtbarer Boden wenn wir mal schauen rich soil mit einer Fruchtbarkeit von 140 prozent hier an dieser Stelle nur 70 egal aber hier drauf wären wir direkt wir brauchen das dieses Feld aber nicht erstmal möchte ich da einstellen was denn gesät wird was meint ihr sollen wir mit Reis anfangen das ist eigentlich das klügste weil Reis am schnellsten wächst von Anfang wir brauchen was was schnell da ist wir können jetzt nicht irgendwie ewig warten auf Kartoffeln oder so ich würde sagen wir machen Reis ja wir haben mit nur einer Person gestartet ich mache Reis ja jeder mag Reis ja finde ich auch Reis ist super es stand was von Besuchern Nada so ich spule mal wieder vor dass das schneller geht wenn sie die Agave abgebaut hat kümmert sie sich um den Reis und wenn der anfängt zu wachsen ich glaube dann kümmern wir uns ums Haus und um die Steine das musste jetzt noch dazwischen geschoben werden na während der Strauß hier schläft oh Lumi was ist los Ui Agave darf man anscheinend nicht zu viel essen oder was Sie hat eine Lebensmittelvergiftung, weil sie die Agave gelutscht hat, aber nichts Schlimmes, oder? Das bringt uns jetzt aber nicht vorwärts. Müssen wir abwarten. Speed. War eine Gammel Agave dazwischen. Ja, ich glaube auch. Das wird sie überleben auf jeden. Die steht gleich wieder auf. Wir verlieren nur einen Tag, was ein bisschen doof ist, da wir ja schon ein bisschen gegen die Zeit spielen. Wenn sie aufsteht, wird sie gleich wieder das alles aufessen. So kommen wir nicht auf ein grünes Agaveblatt. Ja, ja, das lag wahrscheinlich daran, dass sie roh waren. Genau. Oh, ihr sagt, der Stream laggt. Das tut mir leid. Oh, da fängt sie an zu kotzen. Das ist unglücklich. Steh mal wieder auf. Laune, ganz schlecht. Ei, ei, ei. Ja, du bist gut. Lagerfeuer. Wir haben kein Holz für Lagerfeuer. Wir müssen gleich mal gucken, wie wir das hinkriegen. Ja, ich hoffe, es brecht nicht ab. Solange es so ein bisschen laggt, ist das ja noch halbwegs in Ordnung. Ja, was soll man dazu? Das ist halt Internet, ne? Internetanbieter. Das, den wollte ich auch mal wechseln, weil der leider nicht so gut seinen Job macht. Aber das weiß man ja vorher immer nicht so genau. Komm schon, steh auf. Ich meine, das Problem ist, jetzt ist sie auch schon unterernährt. Wenn sie nicht langsam mal aufsteht und wieder was isst, liegt sie da auch noch wegen mangelnder Energie und Unterernährung und dann kommt sie doch nicht mehr hoch. Ihr seht hier schon, minus 20 unterernährt. Das ist schon eine Stufe höher. Er kotzt sich schon wieder. Das ist nicht gut. Da verliert man ordentlich Flüssigkeit. Dann haben wir eine Sonnenfinsternis. Gut, das dürfte die Temperatur ein bisschen drücken. Aber wir sind bei 26 Grad draußen. Das ist natürlich... Ei, ei, ei. Oh, jetzt kommen gefährliche Biber. Willst du mich ver... Killer-Biber. Leute, es kommt... Ein Killer-Biber. Das Ding ist, die... Ach, das sind nicht... Das sind nicht die Biber, die Menschen fressen, sondern die Biber, die das ganze Holz wegfressen. Der macht aber gar nichts, weil er anscheinend kein Holz findet, oder? Was macht er? Oh. Nein! Oh, jetzt frisst er wirklich... Er frisst das Holz weg. Er ist nicht sonderlich aggressiv. Oh nein, jetzt hat er den Baum... Ja, nee, das ist doch doof. Wir haben... Oh. Seht ihr die schönen Bäume hier? Wenn er die jetzt anknabbert, haben wir ganz wenig Holz da. Ah. Lumi liegt in ihrer eigenen Kotze. Hier geht's gar nicht gut. Ihr meint, das war's? Ja, das sieht so aus, weil sie kommen jetzt nicht mehr hoch. Dadurch, dass sie so lang... Doch! Komm, schnell, pfeif dir die nächste Agave rein. Pfeif dir die rein, lauf nicht so lange. Okay, du wolltest dich unbedingt in die Kotze stellen, um es da zu essen. Kann ich verstehen. Ist okay. Lass ich dir. Und... Ein bisschen Essen, ja? Und was machst du jetzt? Hoffentlich gehst du schlafen. In deinem schicken Bett, das ich dir gebaut hab. Und dann geht's dir wieder richtig gut. Wir beobachten mal hier die Leisten. Die sollten gleich wieder hochgehen. Komm, komm da schnell hin. Fall nicht auf den Weg um, Lumi. Sie nimmt sogar Holz mit. Schaut sie euch an, wie... Pflichtbewusst. Und schlafi, wunderbar. Oh, guck mal, jetzt dürfte es hochgehen hier überall. Und wie Essen runtergeht. Ei, 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 ei. Ist das korrekt, Söniklas? Kommt Pesto vom italienischen Pestare, was Zerstampfen heißt? Stimmt das, oder hat er sich das ausgedacht? Super, cool. Danke für die Info. Wieder was gelernt? Okay, jetzt hol dir schnell, bitte. Dass das noch so weit weg liegt, ne? Hol dir schnell das Essen. Wir folgen ihr. Wir wollen sehen, ob sie auf dem Weg dahin durchdreht. Google, wie stehe ich das? Danke, lieber Chad. Also, ne, fragen wir nächstes Mal ab. Italienisch. Zerstampfen. Jetzt wissen wir es. Okay. Sie hat schon wieder eine... Wie verträgt das einmal mit 64 nicht mehr so gut? Diese rohe Agave. Vielleicht sollte sie die vorher zerstampfen, ne? Auf deutsche Stampho-Soße. Ja. Okay, also warten wir wieder auf die gute Dame. Das ist heute ein Feuerwerk, der... Das ist ja hier eine unglaubliche Leistung, die sie erfeuert, ne? War es das? Nö, ich denke, sie steht gleich nochmal auf. Denn diesmal sind wir gut genährt. In dem Moment, wo wir bewusstlos auf den Boden aufschlagen, weil wir zu viel Agave gegessen haben. Das heißt, wenn wir aufwachen, sind wir nicht so mega hungrig wie letztes Mal. Das ist halt keine Linda. Ja, das stimmt. Dreht bestimmt gleich noch durch. Ja, kann auch gut sein, weil Recreation ist wirklich, wirklich... Wir müssen das Feuer machen, ne? Wir müssen die Agave kochen. Aber wir haben kein Holz, Leute. Wir haben doch kein Holz. Und was macht dieser verrückte Biber? Wo ist der Biber? Da. Ja, das fällt es auch noch nicht. Komm, wir müssen gucken, bis sie aufsteht. Na gut. Sieht wohl doch so aus. Hätte sie direkt wieder Hunger. Hufweisenspiel. Ja, ich weiß. Hufweisenspiel. Wir haben so viel, was jetzt schnell helfen würde. Aber die Tante ist... Die muss auch was essen. Erstmal muss sie essen. Und dann muss sie vielleicht mal länger als fünf Minuten bei Bewusstsein bleiben. Dann können wir ein Hufweisenspiel bauen. Steh auf, Linda. Ja, jetzt nenne ich sie schon Linda. Lumi. Lumi. Oh Mann, Lumi. Die dreht garantiert durch, wenn sie aufwacht. Na? Wie viele Stunden liegt sie da? Das ist diesmal ein Major Food Poisoning. Also wirklich fortgeschrittene Lebensmittelvergiftung. Das war eben nicht, glaube ich. Uiuiui. Okay, okay, okay. Salvation setzt ein. Verhungert leicht. Na, komm jetzt. Schneller kann ein Junge oder ein Mädel. Ach, herrje. Ich meine, wir haben uns so viel Mühe gegeben. Warum habe ich mir so viel Mühe gegeben? Alles für die Katze. Deswegen gebe ich mir nie Mühe. Das ist immer so. Ne? Sollte die auch so machen. Ist eine mega Philosophie. Fürs Leben. So, guck mal. Sie hat direkt gegessen. Sie hat erst nochmal gekotzt. Auf jeden Fall ist sie gut genährt. Und ihre Laune ist ziemlich weit unten. Deswegen geht sie jetzt ein bisschen schlafen. Das ist nicht schlecht. Und jetzt probieren wir das mal mit dem Hufeisenspiel. Ja, aus Marmor setzen wir das Hufeisenspiel hier schön in die Wüste. Ja, hier kommt Hufeisenspiel hin. Lumi bringt Holz mit. Lumi geht kurz schlafen. Und danach werde ich sie priorisieren, dass sie sich direkt ums Hufeisenspiel kümmert. Weil es ist tatsächlich so, diese Recreation-Geschichte. Entspannung und Erholung kriegen wir sonst nicht hoch. Sonst muss sie wandern gehen, Sterne gucken oder was weiß ich. Da haben wir keine Einfluss drauf. Lumi schläft. 22 Uhr. Obwohl wir ihr gesagt haben, sie soll nachts arbeiten und tags schlafen, ist sie so ausgelaugt, dass sie sich da nicht dran halten kann. Ja, ich denke auch. Auf den Schock erstmal eine Handvoll Agave. Also wir könnten Feuer machen und daran kochen. Oder wir steigen gleich richtig ein und bauen... Nee, das ist too much. Kriegen wir nicht hin. Ich will halt eigentlich kein Feuer, weil dann haben wir... Dann müssen wir auch die ganze Zeit Holz rankarren. Und wir brauchen unser wertvolles Holz noch. 150 haben wir gerade. Okay, was machst du? Machen wir erstmal Agave. Gut, schauen wir mal, wie das läuft. Das war aber auch nur Zufall, jetzt ganz ehrlich. Man sieht die ganze Zeit Agave gegessen, dann ging es so gut, dass sie jetzt zweimal hintereinander so einen Agavenschock kriegt. Das war auch echt einfach, das ist Zufall. Das kriegt sie jetzt nicht nochmal. Okay, Lumi ist durchgedreht. Och man, sie hat nicht mal aufgegessen. Ich weiß nicht. Lumi ist durchgedreht. Schlechte Laune. Wandert jetzt psychotisch durch die Gegend. Gut, warten wir. Harte Runde, ganz harte Runde. Dann los, Reis anbauen. Ihr seid so gut, ihr habt so gute... Oh, guck mal. Sie isst, während sie... Gar nicht schlecht. Sparen wir ein bisschen Zeit beim Beklopptsein. Ihr wollt hier starten? Ne, ist nicht. Ich finde das hier am besten. Ganz ehrlich, zu gucken, ob wir das jetzt noch hinkriegen, ob wir von hier jetzt nochmal rauskommen, aus diesem Loch, aus diesem Teufelskreis der Agavenvergiftung. Ich meine, wir müssen ja nur... Kann ich mal was vom Himmel fallen oder so? Pfeil und Bogen zum Beispiel. Was mit dem Biber? Du rennst doch wohl jetzt... Wo rennt der denn ganz hin? Hoffentlich haust du ab. Ne. Ne, der mampft, weil... Guck mal, der isst den wertvollen... Ein Psychic Scream. Weil er den... krassen Baum gegessen hat. Den Psychobaum. Anima Scream. Hier, der ist bei uns angekommen. Minus 6. Such a pain in my head when the tree died and it keeps echoing. Alter Schwede. Das hatte ich auch noch nie. Der verdammte Biber muss sterben. Und wir können nichts machen. Lumi ist bekloppt. Wir spielen noch vor. Das tut mir richtig in der Seele weh, dass die ganze Zeit im Norden die Bäume aufgegessen werden. Und wir nichts dagegen tun können. Wie voll mein Reissack zu Hause ist. Woher weißt du, dass ich einen Reissack hatte? Hatte ich das mal erzählt? Ne, der ist leer, mein Reissack. Denn, äh... Ich wollte mir einen neuen Reissack kaufen. Aber die Reispreise scheinen gestiegen zu sein. Außerdem komme ich mir vor wie so ein Prepper, wenn ich jetzt zum Asiaten gehe und einen Sack Reis kaufe während der Pandemie. Auch wenn ich das vorher schon gemacht hatte. Aber ihr wisst, was ich meine. Ich muss mal wieder einen holen. Aber, ähm, als ich das letzte Mal geguckt habe, waren die gefühlt doppelt so teuer, wie als ich die das letzte Mal gekauft habe. Ne, also so ein großer Reissack. Weiß nicht, was ist das? 20 Kilo oder so, ne? Der ist leer. Und Lumi, komm. Ich spule so schnell es geht vor. Die Tante ist bekloppt. Oh, du hast ja auch einen gekauft, BC. Auf mein Anraten hin. Das macht mich ja stolz. Hast du dir auch, ähm, äh, Jasmin. Jasmin Reiss geholt. Das ist der, der am meisten an den rankommt, den man erwartet, wenn man beim Chinesen essen geht. Das war ja mein Hauptgrund, mir einen Reiskocher zu holen. Ich wollte den Reiss so haben, wie ich ihn beim Chinesen kriege. Und dann habe ich mich beraten lassen von diversen Chinesen. Eine Chinesenberatungsrunde gestartet. Und dann hieß es hier, Jasmin ist es. Ich muss den Jasmin Reiss. Duftreiss wird ja auch genannt. So. Na ja, also nicht Basmati oder so ein Kram. Was ich dabei auch gelernt habe, ist, dass zum Beispiel Japaner, wenn sie hier in Deutschland Reiskochen immer den Reis nehmen, der für Milchreis hierzulande eigentlich gedacht ist. Weil der am besten klebt. Also gucken, wir kümmern uns mal kurz wieder hier drum. Also die Tante geht jetzt wieder gut. Wir haben mittlerweile Herbst. Welcher Reiskocher? Ja, der Billige von Amazon. Und ich bin super zufrieden. Aber da hatte ich schon mal von erzählt. Es gibt auch welche, die kosten glaube ich so an die 1000 Euro. Richtig schön mit chinesischen Schriftzeichen auf den Knöpfen. Und die sehen aus wie R2D2. Und da wird man natürlich auch weich. Oh, so ein Roboter als Reiskocher. Aber irgendwie bin ich dann doch bei Sinn gewesen und habe mir einen ganz normalen Billigen gekauft. Und es reicht vollkommen aus. Weil er macht ja wirklich auch nichts anderes. Wobei Reiskocher relativ faszinierend sind, dass die haben so, wie die funktionieren, ist eigentlich ziemlich genius. Weil sie funktionieren auf der Basis, dass Wasser kann ja nicht heißer werden als 100 Grad in der Regel. Aber Reis kann heißer werden als 100 Grad. Versteht ihr? Und in dem Moment, wo das Wasser verkocht ist, wird es heißer als 100 Grad. Und daher weiß der Reiskocher, dass fertig ist. Und das ist ziemlich genial. Ziemlich easy. Und das nur am Rande. So, wir gehen hier hoch. Ja, ja, Essen ist ein bisschen knapp. Aber wir sind jetzt wieder cool. Lumi geht's gut. Das hier ist fast gut. Wenn sie jetzt das Ding baut. Und sie geht wahrscheinlich schlafen. Wieso gehst du schlafen? Bitte baue schnell dein Recreation-Ding. Nee, die will wirklich schlafen. Hau ab. Nee, bau das. Du schlafst doch nicht ganz dicht. Wisst ihr was? Wir machen mal komplett aus. Mach, was du willst. Reiskocher ist OP und sollte genervt werden. Sagt Honky. Ja, Reiskocher sind wirklich gut. Muss man auch nicht viel sauber machen. Und dazu denkt man an die ganzen anderen Küchengeräte. Und was man alles für Aufwand betreiben muss, um Dinge zu kochen. Und dann am Ende sauber zu machen. Reis ist quasi das beste Essen. Offiziell. Haben wir jetzt dazu gekrönt zumindest. Okay. Reis das Essen des Jahres 2021. Haben wir uns drauf geeinigt hier. So, Lumi. Guck mal. Kann ich dich dazu zwingen zu zocken? Nee, geht nicht. Aber du findest das gar nicht so spannend, Hufeisenspiel. Du möchtest lieber dir die Wolken angucken. Während der Biber hier gefährlich nah an unsere Basis kommt. Und hier schon alle... Nee, nicht ganz. Nicht alle Bäume. Nudeln sind auch easy. Ja, das stimmt. Du hast vollkommen recht. Aber... Nee, nicht aber. Hm. Du hast vollkommen recht, leider. Reis ist das langweiligste Essen, sagt Nesi. Oh, finde ich gar nicht. Was im Haus zum Reis dazugibt, alles mögliche. Aber manchmal als Basis reicht die Schraja-Soße, wisst ihr? Auch nicht irgendwie übertrieben die mit dem roten Deckel oder solche Faxen. Das ist ganz normal die mit dem grünen Deckel. Wie viel Hartholz schluckt denn so ein Biber? Ja, und endlich viel. Komm. Komm, steh mal auf und mach weiter deinen Job. Jetzt holt die schon wieder die Agave. Ja, brauchst sie ja auch. Brauchst sie ja auch. Agave, schnapp sie, ess sie. Ich finde das faszinierend, dass sie immer wieder in die Kotze reintritt, um zu essen. Der Anima-Screen wird übrigens noch vier Tage lang in ihrem Gedächtnis bleiben. Wir hören die Büffel hier. Was sind das für Ochsen? Bisons. Kann man in dem Reiskocher auch Nudeln machen? Das ist eine mega gute Frage. Wahrscheinlich schon, aber du kannst ja auch im Topf machen. Hast ja keinen Vorteil davon. Spätzle? Das ist mehr so ein österreicher Ding, oder? Jetzt ist ich gerne in Österreich, Spätzle. Gibt es hier eher selten, höchstens im Süden. Und ich komme ja bekanntlich aus dem Norden. Guck mal, das sieht doch gut aus jetzt, oder? Schaut euch das mal an. Die Laune ist oben, Essen ist okay, Rest okay, Recreation okay. Es sieht so aus, als hätten wir es geschafft. Lumi bringt erstmals Essen nach Hause, ohne dass sie es direkt vom Stamm isst. Okay, doch, da hat sie es schon mal gemacht. So. Jetzt kommt der Biber hier und mampf den Baum. Ich kann mich mit dem Biber nicht anlegen. Wie? Kann ich irgendwie das als Waffe? Ich probiere mal was. Was können wir machen, wenn wir ein Crafting Spot? Ich werde mal hier einen Crafting Spot hinsetzen. Und dann gucken wir mal, was können wir denn craften? Knife, Shortbow, Knüppel, Joints. Für einen Knüppel brauchen wir 40 von irgendwas. Für ein Messer 30. Ich würde sagen mit einem Knüppel, oder? Biber macht man mit einem Knüppel. Wir bauen uns einen Knüppel aus egal was. Was wir haben. Wahrscheinlich aus Holz. Numi, bau dir schnell mal einen Knüppel und dann verprügeln wir den Biber. Ihre Laune geht wahrscheinlich rapide hoch, während sie gerade hier Hufeisen spielt. Seht ihr? Wow. Ja, 20, 30 Euro reichen absolut aus. Chippo. Für einen Reiskocher. Kann ich wirklich jedem empfehlen. Ganz ehrlich, dass ihr das noch nicht gut empfehle. Ich empfehle es doch ständig. Holt euch so ein Ding. Ist super. Esst ihr viel mehr Reis. Ihr braucht nur diesen Sack Reis. Der kostet 20, 30 Euro für 20, 30 Kilo. Das ist ungefähr ein Bruchteil von dem, was ihr normalerweise im Supermarkt bezahlt. Für den Onkel zum Beispiel. Und ist mega günstig. Schmeckt mega gut. Schmeckt auch viel besser. Dieser. Aus dem Sack. Und dann holt ihr euch einfach nur die rote Shiraja Soße. Am besten die mit dem grünen Deckel. Oder ihr macht euch da, was ihr auch wollt. Weil ihr süß, sauer oder was auch immer. Ihr könnt alles mögliche. Es gibt auch irgendwelche Fertiggerichte, die alleine nicht so gut schmecken. Aber wenn ihr dazu Reis esst. Bäm! Auf einmal schmecken die. Gleich erstmal wieder ein bisschen Agave essen. Wunderbar. Und ich glaube... Ohohohoho. Was ist denn hier los? Hier mit den Molotows bewaffnet. Die sind alle bis an die Zähne bewaffnet. Und ich kann... Ich habe nichts zum Tauschen. Nichts zum Handeln. Was soll das? Das bisschen, was ich habe, lohnt sich gar nicht, die anzuquatschen. Ich könnte mit den handeln. Die haben mega krass hier sogar irgendwelche Mufflons, die für die wichtigen Sachen tragen. Hm. Nichts für mich heute dabei. Wir müssen erstmal Agave essen. Lecker. Oh, sie hat diesmal... Seht euch das an. Sieht richtig gut aus. Also, was machst du Wichtiges? Na gut, okay. Bau das ab. Du brauchst es ja. Komm, okay. Es muss ja sein. Wir bauen das ab. Danach wird hoffentlich... ... ...gecraftet. Kommt aber auch wirklich nicht viel raus aus der Agavenpflanze da, ne? Zehn Einheiten pro Pflanze. Okay. Und jetzt gehst du wohin? Die noch. Die letzte Agave. Was machst du dann? Baust du dann den Knüppel? Das wäre ganz super. Schön. Nimm mit die Agave. Nimm mit die Agave. Lass die hier nicht liegen. Sonst kommt der Biber. Och, hättest du die nicht auch noch mit... Na gut. Sie ist halt schon 64. So helle ist man dann nicht mehr. Höchstens auf dem Schopf. Hier rein. Leg das hin. Und jetzt baust du den Knüppel. Aus... Wieso bauen wir den eigentlich nicht aus Tierkot? Oder generell? Das wäre auch ein Großstoff. Andere Leute bauen daraus Häuser. Aber das geht recht schnell. Ich bin zufrieden. Wir haben gleich einen Knüppel, Leute. Ein Entwicklungssprung. Sondergleichen. Jawoll. Schnapp ihn dir. Haha. Und jetzt verprügel den Biber. Biber? Wir müssen das machen. Wir können den Biber nicht... Oder? Was sollen wir machen? Das Problem ist, wir kriegen richtig Probleme. Wenn der uns beißt... Dann sterbt... Ne. Ganz ehrlich. Zu riskant. Das kostet uns das Leben. Wenn uns der Biber beißt. Wenn wir blutende Wunden haben. Unter Umständen Infektionen. Dann ist es vorbei. Dann ist es wirklich vorbei. Dann haben wir keine... Dann lieber aufs Holz verzichten. Gut. Dann haben wir den Knüppel nur zur Selbstverteidigung. Falls der Biber uns anknabbert. Es wird fleißig Stein gehackt. Das gefällt mir. Essen ist da. Dann lass mich doch jetzt... Mal gucken. Naja. Noch haben wir nicht wirklich Steine. Ja, so ein Biber wehrt sich. Eventuell. Kommt aber darauf an, auf was für ein Tier du draufknüppelst. Manche Tiere... wehren sich da schneller als andere. Ich soll den Knüppel tauschen. Glaubst du, die Typen haben Interesse an meinem Holzknüppel, den ich gerade eben in einer Stunde geschnitzt habe? Hier der Typ mit Maschinenpistole, Assault Rifles, drei Mufflons, Molotow Cocktails. Die lachen mich aus, wenn ich da mit dem Knüppel hinkomme. So, wir haben 25 Marble. Wie schön ist eigentlich dieser Sarkophag? Überhaupt nicht schön. Dann dekonstruieren wir den bei nächster Gelegenheit. Wir brauchen keine... Wieso hat das einen Einzugsbereich? Seht ihr das Grüne? Ist das der Bereich, in dem man um den herum meditieren kann, oder was? Vielleicht sind das wohlhabende Knüppelhändler, die das zu schätzen wissen. Ja, ja, ich weiß nicht. Blumi, was machst du als nächstes? Du machst erstmal... Das gefällt mir ganz gut. Hier den Laden sauber auch. Hoffentlich. Ach nee, die Homezone haben wir jetzt hier. Okay, pass auf. Wir könnten jetzt schon ein bisschen Struktur bauen. Und zwar aus Marble. Mache ich das hier mal zu. Okay. Oder nee, wisst ihr was? Ja. Das machen wir hier zu. Das ist alles Limestone. Leider haben wir kein Limestone in der Nähe. Farblich wird das mies aussehen, aber egal. Ich kann hier noch... Dann machen wir hier nochmal aus Granit die Mauer zu. Dann müssen wir noch hier und hier schließen. Und dann haben wir ein geschlossenes Gebäude. Das ist schön. Geht schon los. Dauert ein bisschen, weil sie konstruktionstechnisch ganz, ganz weit hinten ist. Aber schon auf zwei immerhin. Funktioniert. Jetzt macht sie hier weiter. Wunderbar. Guck mal, wir bauen eine Basis. Hättet ihr das gedacht? Als sie eben gerade noch in ihrer eigenen Kotze auf dem Boden lag. in einem Agavenfeld. Da dachtet ihr, das ist gelaufen. Das ist vorbei. Aber nein. Lumi kommt zurück. Lumi gibt niemals auf. So, jetzt hauen sie endlich ab. Und lassen ein bisschen Gold da. Was soll ich denn mit Gold? Ganz ehrlich. Sehe ich aus, als könnte ich Gold gebrauchen. Ach. Warte mal. Wer klopft denn da? Hört ihr das? Ach so, sie spielt. Ich dachte, sie liegt. Nee, sie spielt. Zack. Ja. Okay. Sie hat ein bisschen bessere Laune. Sie geht... Ach, sie geht wieder schlafen. Die faule Tante. Sie ist doch hier. Naja gut, ein bisschen schlafen darfst du. Ansonsten. Das ist bald weg. Wir müssen ihr was anziehen. Ja, wir sollten das mit dem Essen langsam in den Griff kriegen. Das Problem ist, ich will nicht permanent Holz verbrauchen. Wir müssen mal gucken, was können wir denn stromtechnisch? Wir könnten eine Windturbine bauen, Leute. Gut, da brauchen wir Komponenten. Aber das ist kein Problem. Ehrlich gesagt ist das kein Problem. Wir brauchen Construction 4. Und wenn wir eine Windturbine haben, dann können wir kochen ohne Holz. Das sollten wir machen. Wir haben kein Holz, Leute. Ich meine, der Biber hat uns alles weggefressen. Wenn ich jetzt hier auch noch das Holz verfeuere, plus ich kann das nicht mal drin machen, weil es viel zu warm ist. Ne, wir haben hier... Hier haben wir Komponenten... Wunderbar. Eigentlich können wir uns das leisten. So einen schönen kleinen... Ich meine... Passend ist das nicht auch das Erste, was man so machen würde? Wenn man sich ein Bett und ein Dach... Danach erstmal eine Windturbine. Ne, war das nicht auch so in der Geschichte der Menschheit? Ich glaube, so noch in der Reihenfolge. Ich glaube, wir haben das Feuer erfunden, dann die Windturbine und dann das Rad. Waren das nicht die Reihenfolge und die größten Errungenschaften der Menschheit? Hm. Seht ihr, wie stramm das Kabel an meinen Kopfhörern ist? Das ist ein bisschen unglücklich bei denen, dass sie es viel zu kurz haben. Plus, es ist auch nicht wirklich klug der Stecker. Das ist so ein 90 Grad Stecker. Kopfhörer sollten immer so eine Sollbruchstelle haben. Ne, kennt ihr das? Ne, zum Beispiel die hier haben das nicht. Seht ihr das? Wenn man da reißt, geht das kaputt. Das sind andere. Hier. Das ist... Das ist... Superschlau konstruiert. Wenn man da ran reißt... Mega klug. Kennt ihr, oder? Sollte jeder Kopfhörer haben. Hat aber nicht jeder Kopfhörer. Hat leider nicht jeder Kopfhörer. Ne? Weil wenn man aufsteht, sind die weg. Ich muss mal Essen anbauen, sagst du. Du hast recht. Ja. Ja, ja, ihr habt recht. Es ist ein bisschen weit weg, aber nicht wirklich. Komm, wir machen das jetzt. Allow Sewing. Hier geht's los jetzt. Bring die Steine weg. Und jetzt fängt sie tatsächlich an. Ja. Okay, da schauen wir mal zu. Skill liegt bei 3. Gar nicht schlecht. Ah, wir brauchen, glaube ich, 8 oder so Medizin anzubauen. Aber... Ich meine, wir sind froh, dass wir jetzt erstmal ein bisschen Reis hier anbauen. Ich weiß nicht genau, wie das mit den Jahreszeiten ist, aber da wir jetzt gerade 17 Grad nachts haben im Herbst, kann ich mir vorstellen, dass wir das ganze Jahr über anbauen können. Kannst du dir eine Kabelfalle aus Verlängerung bauen, die auf Zug trennt? Ja, ja, nee. Könnte ich machen, klar. Aber ich finde, das sollte einfach... Weil es ist ja häufig so, dass bevor so ein Gerät konstruiert wird, man sich hinsetzt und überlegt, hey, wie machen wir denn das jetzt so? Was macht denn Sinn? Und das... Bei den Kopfhörern, glaube ich, ist das nicht passiert. Na, das ist fies. Die sind, glaube ich, schon ganz gut. Nur, dass das so kurz ist, ist jetzt von mir ein individuelles Problem. Hier rüber. Wie, nur ein? Bist du jetzt schon wieder müde? Ja gut, sie ist wieder müde. Hey, das ist aber nicht ganz so einfach, ne? Mit nur einer Person, die halb nackt ist, nur mit einem Knüppel. Oh. Du hast die Currywurstpizza bekommen. Also, sie ist nicht unbedingt mega gut, aber der Preis ist top dafür, dass man sie nicht nur zum Mittagstüten... Normalerweise ist das ein Preis, den kannst du nur zum Mittagstisch abrufen. Aber die kostet halt acht Euro, das ist ganz in Ordnung. Kann man mal zwischendurch sich reinhauen, finde ich. So, sie steht wieder auf, die gute Dame. Und der Reis wird weiter angebaut. Das ist schön. Damit sind wir dann bald fertig. Dann können wir uns vielleicht auch um Klamotten kümmern, oder... Ach, ist erstmal ein bisschen Agave. Okay, das hat dir nicht geschmeckt. Immerhin sieht es hier alles im grünen Bereich aus, oder? Jawoll. Ja, die kannst du... Oh, shit. Okay, der Alpha-Biber kommt zu uns. Wir müssen jetzt fighten. Und wir haben schon ein... Oh, wir bluten schon doppelt. Okay, los geht's. Fight! Ist das spannend. Ist das spannend? Wer fällt zuerst um? Ja! Und jetzt... Warte, Blumi, du musst da weiter. Bis zum Tode, bevor der wieder aufsteht. Komm schon. Jawoll. Und nochmal. Jawoll. Oh, dem geht's gar nicht gut. Der verblutet auch gleich. Wunderbar. Der Biber ist tot. Jetzt müssen wir aber ganz schnell... Jetzt ab ins Bett mit dir. Wie lange braucht es, bis der verrottet? Zwei Tage. Okay. Wir haben den Biber erledigt. Du gehst jetzt bluten nach Hause. In 18 Stunden verblutest du. Okay, das ist ja... Machbar. Wenn du jetzt nicht umkippst auf dem Weg dahin. Zum Glück ist deine Laune in Ordnung. Du schaffst es bis ins Bett, würde ich mal sagen. Du drehst nicht vorher durch oder kriegst eine Lebensmittel... Oh, ich will es nicht jinxen. Komm, ab nach Hause, Blumi. Nur ein paar Schritte. Heal Roots sind da leider nicht. Nee, nee. Wir müssen das ohne... Ohne machen. So, ab ins Bett mit dir. Okay. Dann gucken wir mal. Ich würde sagen, wir... Ähm... Ja. Können ja nix machen groß. Zack. Heil dich mal. Heilt sich selber. Wie viel hat sie auf Medizin? Vier. Gar nicht so schlecht. Ist nicht null. Wir haben drei... Kratzer. Blutende Kratzer. Einer davon... Am rechten Arm stark blutend. Rechte Schulter nur ein bisschen. Rechte Hand... Unser rechter Arm ist komplett... Zerkratzt. Schnell behandeln. Wir bluten hier alles voll, wie ihr seht. Das ist ganz schön starke Blutung. Also wir werden das schon überleben, ja. Diese blutigen Kratzer. Das Problem ist nur, wenn die sich jetzt infizieren. Das ist unser Problem. Denn... Wenn wir keine Medizin haben... Und hier liegt keine. Wir sind hier... Wir spielen hier auf schwierig. Ich sehe keine Medizin. Das wäre das Einzige, was uns retten könnte dann. Wenn wir eine Infektion bekommen. Ich sehe keine Medizin. Gar nichts. Hier ist nichts. Kein Holzstapel. Kein Eisenhaufen. Kein Essen. Und Lumi ist... Fuck! Und sie blutet immer noch. Aber sie verblutet nicht mehr. Das sind jetzt nur noch kleine. Wieso bist du umgekippt? Wieso bist du umgekippt? Es ist doch alles okay. Oh Mann. Okay. Wir müssen mal gucken, ob sie wieder aufsteht. Wir haben gut genug verarztet, als dass sie jetzt gerade nicht mehr direkt verblutet. Das ist okay. Doof ist nur, dass das natürlich jetzt nicht dabei hilft, keine Infektion zu bekommen, wenn man die Wunde die ganze Zeit offen lässt. Und jetzt kommt ein... Okay. Oh Scheiße. Eine menschenfressende Ente. Stockente. Zwei Stück. Männchen und Weibchen. Wie heißen die? Erpel und... Erpline wahrscheinlich, ne? Der Biber liegt hier. Also die Enten da oben greifen zum Glück nicht an. Das ist so weit so gut erstmal. Ja, Evil Chickens, ha? Ja, wir müssen mal gucken, ob die kommen. Ich kann mich da jetzt nicht... Also solange die nicht aufsteht, ist ja eh egal. Komm, steh auf. Wegen so ein paar Kratzern. Ja gut, ich meine, sie ist 64, ja. Aber... Wenn das verheilt langsam. Hoffe ich zumindest. Sobald wir hier die Meldung kriegen, Infektion ist gelaufen. Dann kommen wir. Dann fällt mir dann wirklich nichts mehr ein, was wir machen können. Weil eine Infektion, die nicht behandelt ist, wird uns dahin raffen. Die muss behandelt sein. Komm, steh auf. Ich spüre so schnell, es geht vor. Die Blutung hört nicht auf. Was ist jetzt los? Jetzt ist sie richtig bewusst los. Jetzt zappelt sie nicht mal mehr. Jetzt blutet sie wieder stark. Steh nochmal auf. Das kann doch jetzt nicht sein, dass du so liegst. Du stehst doch nochmal... Ich steh nochmal auf. Zwölf Stunden, bis du verblutest. Haben wir auch keine Agaven mehr, oder was? Shit. Ja, und der Reis ist zur Hälfte gewachsen. Das ging ja wenigstens recht schnell. Komm, noch ist nicht aller Tage Abend. Neun Stunden. Erschöpfung. Okay, oh, jetzt schläft sie aber. Das heißt, sie kriegt Rest. Sie ist nicht mehr bewusst los, in dem Sinne. Das ist normaler Schlaf. Eine Quest können wir, glaube ich, vergessen in diesem Moment. Du hast noch sechs Stunden. Steh auf. Leck deine Wunden. Ne, ich kann keinen Einfluss nehmen. Sie ist leider noch... Nur zehn Prozent Bewusstsein. Fünf Stunden. Vier Stunden. Drei Stunden. Wach nochmal auf, bitte. Komm, ganz kurz. Nur ganz kurz. So, jetzt. Jetzt müsste es... Jetzt ist es so langsam. Noch eine Stunde. Okay, ja, wenn sie jetzt nicht aufwacht, und das wird sie nicht. Dann ist das... Die Musik... Die sie auf die andere Seite begleitet. Wir spulen ein bisschen. Müssen es nicht unnötig in die Länge ziehen. Aber, ihr seht hier, noch eine halbe Stunde gleich. Kann man nichts machen. Lumi ist gestorben. Und da liegt sie auf ihrem Bett, verrottet langsam vor sich hin, bei 24 Grad, ohne Dach. Und, ähm, weit haben wir es nicht geschafft. Hier ist der Strauß, der sich fragt, was hier passiert, kann ich hier jetzt einziehen? Nicht mal die Mauer fertiggestellt bekommen. Okay, das war wirklich sehr, 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 sehr unerfolgreich. Ich meine, das mit dem Reis ging relativ schnell. Dadurch, dass wir hier fruchtbaren Boden hatten, wären wir da fast mit dem Essen cool gewesen. Aber nein. Wisst ihr was? Ich spure jetzt mal turbomäßig vor. Vielleicht kommt jetzt noch ein Besucher. Dann übernehmen wir den. Aber, ansonsten würde ich sagen, Chatrunde. Sie ist alt geworden. Das stimmt. Sie ist alt geworden. 64 Jahre. Verblutet an Biberkratzern. Am Ende des Tages. Sie war zu schwach. Diese wenigen Biberkratzer waren genug, um sie komplett auszunocken, dann auch nicht wieder hochzukommen. Normalerweise jemand, der im Saft des Lebens noch steht, hätte das weggesteckt. Und, ähm, hätte sich da noch verarzen können. Für sie war das zu much. Zu viel. Ja. Da passiert nichts mehr. Neue Runde, sagt ihr, ne? Also. Hui. Neue Kolonie. Wollen wir das gleiche oder wollen wir was anderes? Soweit habe ich jetzt gar nicht gedacht. Und mache ich in der Regel auch nicht. Eingeschaltet. Du bist ein bisschen spät eingeschaltet. Tegayeti. Eingeschaltet und tot, sagt er. Immerhin hat sie den Biber mitgenommen. Ja, ja. Wollen wir nochmal. Ich fand es jetzt ein bisschen schwierig. Aber irgendwie ist es auch lustig. Was anderes, ne? Wir probieren mal. Wollt ihr wieder mal Standard? Standard. Standard. Mit besseren Kolonisten. Ne, ich dachte, die kommen durch. Ich dachte, wir kommen durch. Aber wir haben auch wirklich nicht gerade... Wir hatten eine schlechte Wahl. Das C hat er... Ich war ja auch nur halb so schnell. Wie ein normaler Kolonist. Aufgrund ihres Rückens. Ihr wollt Tribe? Wirklich? Das dauert aber extra lange immer, ne? Weil die ja langsamer erforschen und so. Ich hate nicht gegen Biber. Das war ein Biber, den ich im Speziellen meine. Ansonsten mag ich Biber ganz gerne. Besonders Chuck den Biber. Chuck und ich sind Buddies. So, pass auf. Wir machen mal Lost Tribe. Und starten mal... Ja, ich würde sagen, wir starten Lost Tribe mäßig. Wie viele sind das denn im Lost Tribe? Fünf Leute. Boah. Okay, machen wir Tribe. Machen wir... Strive to Survive. Randy Random. Commitment Mode. Ich denke, Brutality hatten wir ja jetzt gerade. Wir machen wieder ein bisschen mehr Regen. Und wir nennen diesen Seed nach Monkey. Okay. Population, da ist normal. Ein bisschen Regen. Dann generieren wir das Ganze. Dann gehen wir hier auf Groß. Wo gehen wir hin? Ich meine, nach dieser Herausforderung wollen wir jetzt mal in Dschungel oder ich liebe... Am liebsten mag ich Dschungel. Ich habe keine Lust, immer so auf Holz achten zu müssen. Wollen wir hier auf die Insel... Im... Im See... Kennt ihr das? Es gibt so eine wunderschöne Zusammenstellung... Von Inseln... In Seen... Und von Inseln in Seen in Inseln. Und es gibt auch Inseln in Seen in Inseln in Seen in Inseln. Und ihr glaubt nicht, wie weit man das vorführen kann. Es gibt tatsächlich Inseln in einem See in einer Insel. In einem See in einer Insel in einem See in einer Insel in einem See in einer Insel oder sowas. Könnt ihr mal gucken. Ist faszinierend. Ähm... Zeige ich euch vielleicht nächstes Mal, wenn ich dran denke. Aber wir gehen jetzt hier hin. Und... Oh... Ich würde sagen... Hier wohnt ihr schon. Da kommen wir aber nicht weit weg. Sind wir ein bisschen abgeschnitten, ne? Hm... Hier sind viele Leute. Das hier ist... Shrubland waren wir gerade. Desert ist zu schwierig. Tropical Rainforest ist wirklich sehr, sehr verlockend. Wir haben hier Tropical Swamp. Ansonsten... Hier wieder nur Desert. Tundra. Wir gehen Rainforest. Ja, wir gehen Rainforest. Und zwar hier einfach schön in die Mitte. Ne, Tropical wollte ich. Hier unten. Large Hills. Large Hills. Small Hills. Ach komm, wir nehmen Large Hills. Hier in die Mitte. Hier ist viel los. Oder verspreche ich mir einiges von. Ich glaube, das ist ein guter Startpunkt. Wir haben... Durchschnittstemperatur von 25 Grad. Das ist recht warm. Macht nix. Ansonsten alles gut. Es gibt ein paar Höhlen. Jetzt können wir uns ein paar Leute aussuchen. Das sollte ja eigentlich alles dabei sein, ne? Können wir die austauschen? Ja, können wir, glaube ich, austauschen. Du bist ja irgendwie nicht wirklich talentiert. Shooting und sonst nur Artistik. Haben wir hier jemanden... Guck mal... Ach, herrje. Ne, mit der Gesundheit bleibst du... Oh, ja, ja. Uh, unsere Ersatzbank sind ja alle... Ach, das ist ja nur Unterernährung. Das ist ja völlig egal. Du siehst total wild aus. Wollen wir dich mitnehmen? Haben wir hier irgendjemanden, den wir rauskicken wollen? Ja. Du bist gut. Du bist gut. Du bist gut. Du bist irgendwie nicht so gut. Du bist zwar mega schlau, aber nee, gar nicht. Lajo, du gehst raus und stattdessen nehmen wir... Nee. Stattdessen nehmen wir Trogo mit. Die wilde Frau hier, die... Hey. Da ist sie. Sie nehmen wir mit, weil Malnutrition, das können wir ja relativ schnell korrigieren. Ansonsten haben wir... Oh, drei Leute sind incapable of dump labor. Das heißt, die können nicht tragen oder putzen, aber was soll's. Ich würde sagen, los die Post. Wir haben das so gemacht, dass die wenigsten Leute körperliche Defizite haben, also irgendwelche Wunden oder... Das Schlimme ist immer, wenn sie Probleme mit dem Rücken haben und verdammt langsam sind. Ich glaube, wir haben auch Tiere, ne? Gucken wir mal, welche Tiere. Ne, heute gibt's keinen Tarkov, aber ihr könnt mal gucken, der Kollege Totally Accro von YouTube hat ein Video gemacht, wir haben zusammengespielt und er hat mich rücksichtslos im Busch hingerichtet und er wagt es sogar, das Ganze auf YouTube hochzuladen. Da könnt ihr euch diese herzlose Hinrichtung anschauen. Das Video heißt, glaube ich, Schlachtfeld-Wetterstation oder so, ist eins seiner neuesten Videos. Ich sterbe nach 20 Sekunden, aber schaut euch an, wie er mich hinrichtet. So, los geht's. Oh, wir haben einen Wolf. Unten, unten, unten. Was ist das? So ein Terrier. Okay, Leute, guckt mal. Seht ihr, wie... Oh, euphorisch, der Möglichkeiten. So viele Möglichkeiten. Die man hier hat. Ich würde sagen, Mitte ist gut. Hier sind Höhlen. Hier ist eine Struktur. Hier ist ein Panther in der Höhle. Gucken wir einmal nach geothermalener Energie. Da. Und sonst erst mal lange nichts. Aber das ist gut. Guck mal, wir haben hier geothermale Energie. Dann bleiben wir hier in der Mitte. Das gefällt uns. Ja. Ich würde sagen, das alles werden wir als unseren Perimeter betrachten. Los geht's. Und zwar unser Lager. Hier ist unser Lager. Bitte alles mal reintragen. Das Holz. Hier haben wir haufenweise Essen. Waffen, die Waffen, die Waffen, das, 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 das und das. Wobei, an dieser Stelle sehen wir so cool, die... Wir haben für jeden eine Waffe. Hier ist noch mehr Holz. Noch irgendwas vergessen. Vielleicht ein bisschen Eisen irgendwo. Lustige Struktur hier. Ich sehe kein Eisen. Ja, trag das mal. Oh, die fangen an zu essen erst mal. Das ist aber wirklich schön. Alle zusammen. Wie eine große Familie. Nur die Tiere. Hey, ihr sollt Sachen tragen. Ach ja. Oh nein. Oh Gott, ich kotze. Nur zwei Leute, die tragen und saubern können. Das hatten wir beim Erstellen schon gesehen. Aber das ist natürlich... Okay, pass auf. Denn wenn nur wenig tragen können, dann brauchen wir direkt erst mal einen anderen Job für den Rest. Ich würde sagen, hier Bäume hacken. Okay. Ein bisschen Platz machen. Und parallel... Und parallel... Meint ihr hier das da? Das brauchen wir auch. Hier haben wir Blaustahl. Äußerst interessant. Und hier den ersten normalen Stahl. Ich würde sagen... Oh, große Ader. Machen wir auch weg. Und jetzt checken wir mal, ob die Leute, die tragen... Die lassen wir dafür... Du darfst erst meinen, wenn du getragen hast. Ach, hey, du bist gleichzeitig der beste Konstrukteur und beste Miner. Ah, okay. Das ist da auch erst, wenn... Wie getragen und gecleant ist. Bisschen... Ah, ja. Also der Typ hier. Ganz klar. Ist mit der Beste in unserem Team. Müssen wir gucken. Also erst einmal, wenn es brennt, geht ihr bitte alle sofort mit erster Priorität hin. Ist klar. Wenn ihr was... Krank seid, geht ihr zum Arzt. Und du bist auch noch Arzt. Der Typ ist Arzt, Konstrukteur, Miner... Und einziger Trager und Putzmeister. Ganz ehrlich. Was können die anderen dann? Leute. Okay. Breinoto. Was machst du denn? Du kannst kochen. Okay. Okay. Aha. Oh, Mann. Ja. Super. Ihr beide macht auch noch gleichzeitig die wichtigsten Sachen. Wir haben Trogo. Trogo kann Kunst. Okay. Scheiß drauf. Du machst jetzt auch den... Will not do? Achso. Doch. Wenn ich... Okay. Du lernst das halt. Pass auf. Denn fängst du jetzt auch an zu minen. Und zu groan. Okay. Und du auch. Goro. Der sonst nichts kann. Mining. Growing. Macht eure Jobs jetzt. Ist mir scheißegal, was ihr für eine Ausbildung gemacht habt. Ihr fangt jetzt an, hier in der Mine zu schuften. Und Blue. Und Blue. Du glaubst, du bist schlau, nur weil du auf Research hier einen Punkt hast. Isn't. Du gehst grown und mine. Ich höre sie schon arbeiten. Und die Feinheiten. Ja, kümmern wir uns später mal drum. Und die Feinheiten. Okay. Hier funktioniert doch wieder was nicht. Ich habe euch doch gesagt, das sollt ihr machen. Toll und Brenoto. Toll. Check ich nicht. Okay. Toll möchte hacken, obwohl ich ihm hacken prioritätstechnisch reduziert habe. Trotzdem hackt er, bevor er trägt. Check ich jetzt nicht. Was ist da los? Das check ich nicht. Wieso trägt das Geld? Ich habe die Priorität eingestellt. Dauert das jetzt neuerdings eine Weile, bis sie das raffen oder was hier los? Jetzt machst du es sauber zwischendurch. Und jetzt fängt er wieder an zu diggen. Ihr seht das selber, ne? Ich habe es hier eingestellt, aber er möchte... Wie kann er denn Mining gehen, wenn ich das prioritätstechnisch auf 4 habe und hier noch genug zum Tragen ist? Weil wir aus Versehen unsere Zone zerstört haben. Seht ihr das? Aus unbekannten Gründen. Jetzt soll das aber klappen. Toll. Wenn du hier fertig bist, drehst du um. Jawohl. Und jetzt geht's. Wussten wir es doch. Da war ein Fehler. Alles klar. Bisschen Essen haben wir nicht allzu viel. Bisschen Essen haben wir nicht allzu viel. Ganz so viele Wildschweine hier. Pass auf. Haben genug Leute. Wir können eigentlich mehrere Sachen parallel laufen lassen. Also zack. Wir brauchen erstmal ein kleines Häuschen, in dem wir wohnen. Wir haben Holz. Also bauen wir das Ganze aus schönem Holz. Und zwar... Wir machen das mal... Ich denke mir das mal so aus. Ne. Können auch das als Basis... Das ist... Wollen wir damit anfangen? Das sieht schick aus. Das sieht gar nicht... Das ist gar kein schlechtes Ding. Das sieht mega hübsch aus. Pass auf. Wir bauen hier dran. Jawohl. Genauso machen wir das. Mega hübsch. Und... Warte mal. Können wir hier bauen? Ja, das ist... Hier ist... Fängt das Wasser an. Also. Bauen wir hier mal unseren ersten Schlafraum. Wir brauchen große Schlafräume, damit die Leute richtig schön glücklich sind. Wir haben unendlich Holz quasi. Also brauchen wir auch keine falsche Bescheidenheit. Wir bauen hier jetzt... Das wird ein richtig schönes Hotel. Wie viele Leute? Fünf? Kein Problem. Zack. Wir sind im Dschungel. Wir haben so viel Holz. Brauchen wir uns auch keine Gedanken machen. So. Das sind die Schlafmöglichkeiten. Da könnt ihr langsam gerne schon mal anfangen zu bauen, wenn ihr möchtet. Ich setze da auch schon mal die Türen rein. Wunderbar. Man könnte auch eine kleine Holzfäller-Order aussprechen. Das hilft ein bisschen. Dann wird das ja die Basis für unseren Aufenthaltsraum. Das finde ich schön. Wenn wir so eine antike Basis haben. Das gibt unserer ganzen Kolonie ein bisschen Kultur und Historie. Also fängt irgendwer an. Ja. Wir haben es richtig angestellt. Seht ihr? Toll fängt direkt an zu... Irgendwann ver... Nee. Warte mal. Konstrukteur. Skill 9, ne? Da umzuswitchen macht auch keinen Sinn. Die einzigen mit Flammen sind komplett unbrauchbar. Und auf Brenoto zu switchen macht auch keinen Sinn. Der hat das gleiche Problem. Hier die wertvollen Skills. Also wenn du das nicht machst, was machst du denn in der Zwischenzeit? Pass auf. Wir machen das jetzt nochmal ganz kurz. Wer von euch ist denn gut im Jagen? Und ganz kurz bitte, falls wir teure Medizin finden, müssen wir ganz schnell mal einstellen, dass ihr die nicht verschwendet. Wunderbar. Also. Blue. Shooting 3. Mili 10. Okay, das heißt Nahkampfwaffe. Blue. Nahkampfwaffe. Speer. Oh. Goro. Fernkampfwaffe. Bogen. Toll. Ah, nicht so gut. Nimm mir Holzknüppel. Brenodo. Trogo. Oh. Trogo. Bogen. Brenodo. Pila. Sollen wir die Waffen verteilen? Jetzt müssen wir mal ganz kurz gucken, ob die Hunter auch die richtigen Waffen haben. Trogo. Und. Goro. Goro. Trogo. Goro ist Hunter. Wunderbar. Ja, guck mal. Denn kann Goro sich schon mal nützlich machen, wenn ich hier ein paar Tiere zum Jagen in Auftrag gebe. Guck mal, das sind diese, sind das die, die so furchtbar nach Kotze stinken? Ja. Wie heißt die? Die Leichenpflanze oder so. Rafflesia. A rare giant flower which can be found deep in steaming jungles. You would think a giant flower would be beautiful, but this one looks and smells like rotting flesh. Genau. Ich habe vergessen warum, aber das ist ja auch faszinierend. Die ist recht groß und die stinkt wie verwestes Fleisch. Ich denke mal, um Insekten anzuziehen oder sowas, ne? Ne, Kotzfrucht ist was anderes. Marco Czinski, ja, was ganz anderes. Läuft. Sieht gut aus. Ich wollte eigentlich, wollen wir so einen Chinchilla abknallen? Ja. Uh, The Lore hat so eine Pflanze im Zoo. In welchem Zoo warst du? Welcher ist du? Welche Stadt? Blüht die nicht nur alle paar Jahre? Äh, ne, das ist falsch. Das wäre, das wäre der Titanenwurz. Der nur alle paar Jahre. Titanenwurz. Oder Penuspflanze heißt sie auch. Auf Latein aber. Kein Chinchilla? Doch. In Stuttgart ist dein Zoo mit der Leichenpflanze krass. So, Chinchilla ist down. Wunderbar. Das machen wir, um ein bisschen Fleisch zu kriegen. Und weil Goro sonst nicht groß was zu tun hat. Na ja, es sieht ganz gut aus. Wir haben viele Leute. Pass auf, wir machen hier weiter. Das sieht echt gut aus. Wenn ihr Schlafplätze habt. Bisschen viele Jobs verteilt, aber macht nichts. Wir könnten auch schon mal den... Ei, ei, ei. Wir können noch nicht mal... Stonecutting. Können wir noch gar nicht. Müssen wir erst erforschen. Also ganz wichtig, erst mal die simple Forschungsbank hier irgendwo reinzusetzen. Und irgendwo, glaube ich, wäre hier... Keine Zeit zum Überlegen. Die muss relativ schnell gebaut werden, sonst kommen wir hier nicht weiter. Die Leute schlafen. Lassen wir sie mal. Voodoo-Lilie. Was ist das denn? Das klingt auch super. Ich spule mal vor hier. Die Nacht dauert mir zu lang. Die Leute sind alle sehr erschöpft nach diesem... aus diesem harten ersten Tag. Und wer hat hier seinen Jade-Nive nicht genommen? Naja. Es ist 6 Uhr morgens. Gleich dürfen die Leute aufwachen. Und ich finde es schön. Unsere Basis nimmt langsam Gestalt an hier. Uh, da ist eine Kobra. Komm, wir jagen die Kobra. Das ganze Fleisch würde ich vielleicht schon mal hier lagern. Und dann einfach nur... Warte mal, wie groß ist das Teil hier? 9. Gefällt mir. Ungerade ist schön. Also direkt hier mal das... Ja komm, lade hier das Essen ab. Und zwar... Alles nicht hier hinlegen, außer Essen. Nichts Verrottetes. Wunderbar. Sieht gut aus. Und Pflanzen auch. Priorität bevorzugt. Ausgezeichnet. So, jetzt sollte der Kram da eingetragen werden. Und sollten wir das schon auch nichts zumachen, wir müssen bei den Temperaturen mal gucken, dass wir schnell einen Kühlschrank irgendwie herstellen. Was natürlich schwierig ist als Tribe, weil ich glaube, nach Feuer, Rad und Windgenerator kommt erst mal lange nichts und dann wird der Kühlschrank erst erfunden. Funktioniert gut. Oh, guck mal. Oh, guck mal. Ich muss Ende machen. Leute, ich hab... Uh, die Zeit vergessen. Ich seh's gerade. So, meine Freunde. Das war's. Dieses Mal. Von RimWorld. Ich speichere das Ganze. Ich würde sagen, wir machen da morgen weiter. Aber, ähm... Ich fand's bis jetzt ganz lustig. Oder? Die erste Runde war ein Experiment. Die zweite könnte ein bisschen mehr Früchte des Erfolges tragen. Ich bin ein bisschen unter Zeitdruck. Deswegen schmeiß ich graus. Ne? Also, bitte geht jetzt. Bis zum nächsten Mal. Das war's. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.